Wir haben einen Bildungsauftrag in der Schule, der auf der Grundlage des Autonomiestatutes umzusetzen ist und hier nochmal klar und deutlich, Experimente mit unseren Kindern und unserer Kultur wird es mit uns Freiheitlichen nicht geben. Hat es nie gegeben und wird es nicht geben, die Freiheitlichen stehen dafür gerade und werden auch in Zukunft das vertreten. In den Schulden sollten wir unsere nächste Generation des Landes ausbilden und sollten dafür die allerbesten Rahmenbedingungen erhalten. Aber leider sollten, denn die Rahmenbedingungen im Moment in den Schulen sind alles andere als optimal. Rückhalt für die Berufsgruppe von Seiten der politischen Spitze, Fehlanzeige. Unterstützung der Lehrkräfte im Zusammenhang mit dem gestiegenen Gewaltpotenzial in den Schulen, Fehlanzeige. Bürokratieabbau, Fehlanzeige. Wertschätzung der Arbeit sämtlicher Mitarbeiter, unterrichtend oder nicht unterrichtend in den Schulen, leider Fehlanzeige. Zukünftige Lehrermangel, der sich in Gesamteuropa bereits abzeichnet, Zukunftsperspektiven in Südtirol, Lösungsansätze, leider keine von Seiten dieser Politik.